Ja, ich weiß gar nicht, habe ich Dingster-Wongster-Download-Inhalte, habe ich aus. Probieren wir übrigens gerade meinen frisch eingetroffenen Controller. Ich habe eine Seite von dir aufgerufen und da einen gebraucht beim Händler gekauft. Achso. Bin ja gespannt. Ganz tragische Geschichte am Dienstagvormittag. Ich habe das erste und bisher einzige Mal eine E-Mail von DHL bekommen. Bitte halten Sie sich zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr bereit. Ich denke, wer macht ja nichts bisher hier zu Hause. Um 13.30 Uhr verlasse ich dann mal das Haus, weil ich noch einkaufen musste, bis 14.00 Uhr. Komm nach Hause, 14.00 Uhr war natürlich die DHL da. Na. Komisch. Ich habe noch nie eine E-Mail gekriegt. Ein Splitscreen und zwei Gülsene. Kommen wir aus! Yay! Ich habe natürlich ein Ticket gemacht, weil ich jetzt mal gucken möchte, wie weit ich komme. Oh mein Gott. Oh, sieh mal schnell mal. Schaff! Schnell aus. Damit wir so welche komischen Typen nicht auf dem Blitzplay haben. Ich habe jetzt kein Ticket gesetzt. Ich mache einfach mal jetzt... Ich bin mit Erzählen beschäftigt. Ja, ich mache jetzt einfach mal drauf los. Mal gucken. Die Woche, als ich gespielt habe, habe ich leider nur negativ eingefahren mit der SimGirl. Ich habe mir direkt eine E-Mail geschrieben danach. Ich habe dir auch mal den Link zu deinem Let's Play geschickt. Da ist sie ja einmal mit zu sehen. Har har. Bei dem Most Spectacular Granaten-Krieg. Da fliegt die Katzen-Ohr-Alan of Fitcher-Cyndlerl, a.k.a. Mir geht das gar nicht mal so gut. Meine Kreuzschweizen werden eigentlich eher schlimmer. Oh Gott, links hinter uns. Boah, ich habe den Sound ziemlich laut, ey. Und ich muss mit den Granaten aufpassen. Ich bin schon weg. Erstmal testen. Ah, da kommt was in der Mitte. Oh, ist das laut. Also wenn ich gleich tot bin, muss ich mal den Ton umstellen. Den tot umstellen? Den Ton. Da ist jemand ab durch die Mitte da unten. Oh, kommt da was hinter uns? Oh, ich werde schnell mit den Tisten. Das kippt das schon wieder gar nicht. Krass, ja nicht. Also die Moranzen sind die vermeintlich gefährlichen. Mhm. Oben? Ja. Die Moranzen. Ach, lass wegrennen. Shit, ich muss mal eben. Scheiße, jetzt kommt der. Der macht mich platt und ich bin in der Audio. Ja. Der hat Schrot. Oh, und der hat die Schrot vor allem. Das ist natürlich auch fies. Hm. Oh, jetzt sind die raus. Vor meiner Nase. Die Moranzen sind natürlich drin geblieben. Ja, wie immer. Und du hast ein Ticket gesetzt. Oh, nein. Hier spawnen die wildesten. Jetzt sind ja gleich diverse Sachen völligst verquer gelaufen. Rot geht raus, weil es jetzt schon die Nase voll hat. Orange bleibt. Sie sind im Audio. Was kommt da? Oh. Der hat Schrot. Ja, hab ich nicht gekriegt. Ah, die Frage ist, ob ich schneller bin. Ah. Wo ist er denn? Er läuft wieder durch die Mitte weg. Beide links rein jetzt. Ich hab nur einen gesehen. Jetzt ist er oben. Jetzt springt er bestimmt wieder gleich runter. Einer, ein Rotel ist mit dabei. Oh, nein. Ich hab wieder den falschen Controller, der immer wechselt. Ah. Scheiße, zurückgeworfen. Shit, wie glaub ich denn nix zum werfen gerade? Goddammit. Ah, ein neuer ist dazu gekommen. Irgendein 16er. Ja, aber beim Nachsatz ist er ja in der Zeit. Wenn denen exakt die sind. Ja, ja, eben. Was der jetzt wieder für einen langen Arm hatte, ey. Der 5-0-Sitzger hat mich auch gerade mit Hand getötet. Da snipert jemand von oben. Ach, der hat den... Okay. Man sollte auch mal auf unten nach. Ich finde gelb doof. Muss ich das noch extra bestätigen, oder erklärt sich das von selbst? Ich bin gelb selbstverständlich auch doof. Rot ist jetzt komplett... Ah. Was? Aber hin... Was? Rot kommt und killt mich gleich. Nein. Super, ich wollte eigentlich die Leiter hoch. Aber spring daneben, Frau. Nicht oben. Hä? Hä? Was? Hi? So, du warst schon weiter. Der hat schon wieder die Schrot da oben. Achtung, hinter dem Pfeiler. Ey, wir sind zu zweit hier und schaffen es nicht, den umzubringen. Wie peinlich. Ja, natürlich. Nicht mehr Grund. Ach komm, ey. Und der Blindschuss sitzt auch jedes Mal. Kann nicht sein. Ich hätte in der Situation locker vorbeigeschossen. Hm. Vor allem, wie lang die immer Zeit haben, obwohl du gezielt auf die schießt, dass die in aller Ruhe auf dich drauf zugrufen kommen. Das denke ich immer an mich. Sobald ich losrenne, bin ich schon tot. Die Roten sind nach oben wieder. Ah, Mann. Ich muss gleich Controller wechseln. Das geht gar nicht. Was? Nein, und wir kriegen noch nichtmals einen davon. Komm, nimm die rote mit. Ah, die ist rechts. Ah. Das ist ein Witz. Das ist doch ein Witz. Schau, wenn ich mit Blindfeuer auf dich drauflaufe, gehe ich immer auf die Fresse. Schade. Ja, jetzt zieht Rot auch noch davon. Was soll ich dazu sagen? Nicht aufregen, dass unser erstes... Ich hätte jetzt mal gehört, mal dann... ...so ein Arsch... Der hat schon wieder nicht geschossen. Gemma? Gemma muss ein Rückstoß sein. Ja, ja, der hat einen grünen Kreis um sich gehabt. Aber geschossen hat er trotzdem nicht. Ja, 1,9. Das ist natürlich nicht der übliche Score von mir. Wieso, was kann ich vorweisen? 3,6. Oh. Das ist natürlich auch nicht der übliche Score von mir. Ich habe jetzt zu lange friedliches Minecraft gespielt. Jetzt habe ich schon keine... Was? Jetzt habe ich schon keine... ...Granate mehr gehabt zum Fallen lassen. Das war ziemlich gern. Wo ist die rote? Und ich habe den Pürposten-Tanz getan. Yeah. Ich habe nicht mal einen Schluss damit gekriegt bei dem Gelben gerade. Das ist das für ein Gründ. Irgendwie eine rote ist hier irgendwo. Die hat ja den letzten Gelben gestorben. Oh. Ich wollte schon sagen, du warst wahrscheinlich noch nicht mal's grau. Ja, das ist auch korrekt. Bin ich in den Armereiter? Ich kriege natürlich keinen. Krass, wenn ich die nicht zurückwerfen konnte, wieso erwischt mich die dann? Meine Hand ist ein Teil. Schade. Ich kann die erste Folge auch rausschneiden. Ich kann die nächste Folge auch rausschneiden. Weg.